Es ist wieder so weit. Zu den braven Kindern kommt nun der Nikolaus und ich weiß schon, wenn ich zu den schlimmen Kindern schicke. Burschen, kommst du mal! Ja, ja, jetzt passt schon einmal. Spart sich eure Energien. Also hoch zu. Du läufst jetzt einmal geschwind zu allen Energiekonzernen, zu den ganzen Stromanbietern, die momentan in der Krise Milliardengewinne machen, während sich die armen Leute nicht einmal mehr in Sprit fürs Auto leisten können oder gehört für die Heizung haben. Ja, gehen wir, los! Lauf los! Ja, und verschocken! Du gehst zu all unseren Politiker dazuschauen, wie die Reichen momentan noch reicher werden und die Armen immer ärmer. Geh mal, los! Lauf los! Und in Sobotka gibst du auch noch eine zu, ja! So! So, Bulli! Und wir zwei besuchen wir jetzt auch unseren Nachbar und crashen wir seine vegane Klangschalmparty. Los geht's! Ja, nicht so schnell. Und ich wünsche euch noch einen frohen Nikolaustag. Führt euch!